Meine Europa-Park-Club-Karte ist nun seit einigen Wochen ausgelaufen und da man sie momentan nicht verlängern kann, kann ich auch leider den Park gerade nicht besuchen. Aus diesem Grund teste ich in den nächsten Wochen unterschiedliche Freizeitaktivitäten in der Region und nehme euch dabei mit. So, herzlich willkommen, heute sind wir im La Montagne des Anges und wir schauen uns heute mal ein paar Affen an und schauen uns mal so um, was es hier so gibt. Der Affenberg befindet sich im Elsass, nur 44 Kilometer von Rust entfernt. Was mir an dem Park gefällt, ist, dass sich die Affen auf dem 24 Hektar großen Waldgebiet komplett frei bewegen können. Der Eintrittspreis für einen Erwachsenen liegt bei 9,50 Euro. Der Eintrittspreis für einen Erwachsenen liegt bei 9,50 Euro. Im Normalfall kann man die Affen mit Popcorn füttern und so hautnah erleben. Dies ist momentan nicht möglich und da im ganzen Park derzeit Maskenpflicht herrscht, empfehle ich einen Besuch, wenn die Beschränkungen etwas gelockert wurden. Nur wenige Meter neben dem Affenpark befindet sich die Hochkönigsburg, bei der sich ein Besuch ebenfalls lohnt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017